Hi ihr Lieben, grüß euch. Zehn Freispieler haben vorhin in der Fersen gefahren. Schauen wir uns mal an. Aber was gibt doch 90 Cent. Hier ist schon alles irgendwie schief. Keine Ahnung. Aber schauen wir einfach mal. Ab gehts. Mit Verlängerung. Oh, sauber. Wow. Musik Schauen wir noch ein bisschen weiter zu, Leute. Da habe ich da hinten meine Multis Buch für die nächste Merkur-Session. Schauen wir mal, was mir heute einfällt. Mal gucken, dass wir hier die Justage ein bisschen machen. So, sehr schön. Musik Ich fahre aber was anderes rein. Haben wir denn hier noch zur Auswahl? Oh, Great Warrior! Great Warrior! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Sniper Ja Leute, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber beim TR5 hier, der links neben dem hängt, kriege ich jetzt ein 200er Spielepaket, der TR5 ist schon bestellt, bin ich ganz gespannt, was da alles dabei ist, da freue ich mich schon, 200 Spiele TR5, 10 mal mehr, wie bis jetzt drauf war, schön, da geht es ab Leute, so 5er. See you next time. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, die Sticky Diamonds sind noch reingegangen auf 2 Euro. Schauen wir mal, ob das Diamond stickt, wie man so schön sagt, Leute. Schauen wir mal, ob das bleibt von den Diamonds. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, ein bisschen geizig gestickt auf 2 Euro. Aber ihr wisst ja, kann man mich nicht ändern. Drücken wir mal Risiko. Verzockt. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Freispiele und Freispiele gehängt. Wie die anderen auch das immer machen.